Du fragst, fragst man! Wo häol ich mich? Gute Frage! II fragt doch nicht so viel! 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 flipping out in Velsch ist ja nicht nur ein Knutelmännis ansprach, sondern auch bei mir mittlerweile einen Zustand! Du fragst mich, wer in dich? Du fragst mich, wer sich hörst. Und das zeigt sich ja schon in meinem Namen. Auf der einen Seite haben wir Le Muriel, François Remondi. Und auf der anderen Seite haben wir hier zusammen. Engelbucher Wurzeln, standhaft, ehrlich und mit beiden Beinen auf dem Boden. Um ganz sicher sein, habe ich auch noch einen Gen-Test gemacht. Rumänien, sogar Bulgarien. Bis ich manchmal merke, dass ich mich verliebt habe, habe ich mich schon längstens wieder getrennt. Aha, vielleicht ist das ja auch genetisch bedingt. Musik Was der Gentest auch noch gezeigt hat, ich habe ja einen absoluten, hundertprozentigen Kochgen. Ja, ich koche leadershiplich gerne. Auch zeigt der Testner auf, was man grusig findet und was man gar nicht verdreut. Schade, ich bin total allergisch auf Kiesi. 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 Wir sind die Gönne, vamos nos! Und nun, welche Kampagne, wir singen? Das ist der Rettung! Oh nein, wir haben seit dem Monat ein Fertig und riechen, geh'n hei und riechen.